Hallo Leute, ich habe mir gerade die Dingo Pictures Version von Balltour angesehen. Und ich muss sagen, während andere Comedy-Könige sind, sind andere, wie sagt man, ach ja, Könige der Unlustigkeit, wie ich euch hier zeigen werde. Unsinn, Kumu hat gewonnen. Und schwimmen! Ich will einen Fisch, Kumu. Ich will einen Fisch von dir. Und soll ich euch was sagen? Weil der Witz schon beim ersten Mal so unlustig war, wiederholen Sie ihn noch ein zweites Mal im Film. Und schwimmen! Und? Habt ihr noch nicht genug von dieser Premium-Comedy? Schade, denn wisst ihr was? Diesen Witz wiederholen Sie noch ein verdammtes drittes Mal. Schwimmen! 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 Und wisst ihr, was mich bei der Sache aufregt? Nicht nur, dass sie diesen Witz dreimal bringen in weniger als 33 Minuten, nein. Oben dreimal, bei allen dreimalen, zeigen die nicht, wie der Bär ins Wasser planscht. Sind die so faul? Dingo Pictures, ihr seid in Sachen Animationen wirklich die schlechteste Firma, die es gibt. Falls ihr euch tatsächlich den ganzen Film antun wollt, hier könnt ihr euch den ganzen Film ansehen und schreibt dann in die Kommentare, Hashtag PowerFolks. So, das war's dann mit dem heutigen Video. Ich gönne mir jetzt ein Paw Patrol Eis, um meine Nerven zu beruhigen. Ciao! 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 uyu az elektronfleischiere, ganso mehr! Zhou? definite! .